oh essen endlich ich bin hungrig ich glaube ich werde ihnen bevorzugt ich werde immer als erstes gezeigt ich sehe echt gut aus wenn ich so mit 43 aussehe so was soll ich mich hinsetzen ich habe die essen gebracht nehmen brudy Nimm ihn! Was? Nimm ihn! Wow! Okay, tschüss. So, ich schau, wo ich mich hinsetzen kann. Wo sind meine Homies? How about you two lovebirds? Have a chat somewhere else. I want to eat. Hey, is someone talking? No. I don't hear anyone. Hm, ja genau, ja. Me neither. Ich setz mich hier hin. Gewalt anwenden, ihr Gehör verbessert. Ihr Gehör verbessert. Bro! Ich bin am Puff. Okay. Okay, es geht los. Heißt du? Alright. So, what are you gonna do about it Gringo? How about this? Boom! Man, alright, shit! Man, relax! Okay, go! Go, go! Ich schau mir da zu sicherer Entfernung an. Ich bin voll der Creep. Boah! Scheiße! Boah! Ich stehe einfach so locker. Ich stehe locker, du stehst so wie... Essen. Hey, warte, 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 wir müssen jetzt Roleplay machen, okay? Warte, warte, du sprichst mich jetzt so von hinten an, warte. Hey! Hey! Ja, was los? Hey, Vincent. Ja, was los? Du weißt, was zu tun ist, oder? Ja, genau. Ja. Siehst du, siehst du den einen N-Word dahinten? Ja, ich sehe den einen N-Word. Soll ich mich zu dem hier sitzen? Ja, ja. Ist das der Typ, den du gemeint hast? Ja, ja, habe ich. Okay, wir sind uns gleich. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Boah! Ich muss die... Boah, gut! Lass mich legen... Hey! Ey, hilf mir Leo! Ja, warte, ich bin... Warte, ich bin... Warte, warte! Boah! Ich habe dich getroffen. Ich nehme das Messer, töte ihn! Au! Boah! Ah, ich habe das gespürt. Darf ich jetzt irgendwas machen? Au, scheiße! Ey, 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 ey! Take this! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich muss mich zurückziehen, Edo! Komm, closer! Let me carve you up! Come on, Scumbag! Come on, come on! Boah! Oh, nein! Fuck you, man! We're gonna cut you! Was war das? Boah! Let me carve you up! Come on, come on! Fuck you, man! Fuck you, man! Ich kann einfach nicht! Ich kann einfach nicht, Mann! Ich auch nicht! Ich kann nur Sachen gegen ihn schmeißen! Au, 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 au! Ich glaube, das war's mit dir! Ach du Scheiße! Au, ich hab zu... Au, ich hab zu... Ah! Boah! Oh mein Gott! Ich hab zum letzten Sekunden! Genau, Kaiserfertiel! So ist das! Der Hund legt sich mit dir! Kann man auch sterben, das weiß ich noch! Boah! Oh! Take this! Act this! Er hat den wirklich hingebracht! Na ja, vielleicht... Ich war schwer verletzt! Auf jeden Fall schwer verletzt! Au, das ist richtig! Wie geht das jetzt? Oh! Ich mit meinem... Ich mit meinem Teig! Ich hab ihm mit dem Teig abgeschossen! Scheiße! Hm! Ich hasse diese Dinge! Hm? Schon ne Geile, oder nicht? Schon ne Geile, oder nicht? Hm? Oh! Oh! Hab ich gespürt! Oh! 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 Du bist da! Oh! Du bist da! Hey! Hey! Bro! Was geht? Vincent! Ja, okay! Danke! Sie haben es nicht gemacht! Wir haben einfach nichts gemacht da unten, aber egal! Also, gemeinsam haben wir gerade nichts gemacht! Ich meine es, Mann! Was ist dein Fisch mit dem Mann eigentlich? Ah! Let's just say, es ist eine lange Geschichte! Also, ich kenne ihn schon! Ja! Könnt ihr mir einen favoriten? Wie was? Oh Gott! Es ist etwas, das ich brauche! Was ist das genau? Nichts, Mann! Es ist einfach! Ja, genau! Ich brauche nur, dass ich meine Beine schaue, während ich es verstehe! Das ist alles! Machst du das, Tsunami? Mhm! Sorry! Kein Interesse! Okay! Okay! Super! Warte, warte! Okay, ich helfe dir doch! Du kannst nicht einfach rauskommen! Natürlich kann ich es nicht! Wir werden beide in den Hohen gehen! Ich habe keine Wahl! Genau! Okay, okay! Ich helfe dir! Just don't get caught! Ja, ehrlich! Jeder, wenn du dich verlassen! Wenn du dich abwischen lässt! Okay! Keep your eyes sharp! Ich töte dich! Ja! Geil, geil! Und jetzt fangts an! Okay! Okay! Ich glaube, du musst sie zuerst rufen und dann stehe ich auf! Ich tue schon! Okay! Warte, noch nicht aufstehen! Nein, nein! Jetzt! 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 Warte, warte! Ich muss Leo helfen! Du musst Werkzeug holen! Jetzt oben steht die Mission! Steh auf! Geh! Geh! Was kann ich für sie tun? Äh, was kann ich für sie tun? Äh, wann kann ich gehen? Ich will nicht, dass sie Wasser holt! Ich will mit ihnen reden! Du wirst hier rausgehen! Und jetzt? Ist das, warum du mich nachher hieß? Ja! Entschuldigung! Ich muss das bisschen mit dem Gump hier, du wißt! Ja, aber wie? Ich... Ich weiß nicht! Es ist nicht mit mir, aber ich bin sicher, es wird zu lang. Okay! Danke! Ihhh! Ihhh! Warte, warte, warte! Ich bin jetzt hier aufstehend! Das ist verständlich! Geh! Sie sieht sich glaub ich nicht, oder? Geh, geh, geh! Was machst du? Geh! Hä? Warte, warte, ich muss warte... Wie warst du in einem Prisom? Du kannst gehen, geh einfach! Ja, siehst du? Geh weiter, geh weiter. Okay. Sch, sch, sch. Baby! Ich werd weiter mit dir reden. Ist irgendwas falsch? Nein, nichts ist falsch. Ich bin gut. Warte, Vincent, mach was. Warte. Ey, klar, krass. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Werkzeugschild. Boah! Und jetzt? Jetzt muss ich gehen, jetzt muss ich gehen. Komm, 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 schnell, schnell. Oh mein Gott. Okay. Okay. Okay, geht. Okay, geht. Sonst noch was. Brauch ich sonst noch irgendwas? Boah, die sieht mich da. Warte, warte, warte. Lass sie gehen. Na, warte. Ähm. Ja, lass sie gehen. Ich bin einfach hungern. Ja, genau. Perfekt. Ja, genau. Perfekt. Ich bin wirklich hungrig. Könnt ihr mir ein bisschen mehr Essen, bitte? Sie sind mich fiegt. Nadja, komm. Die sieht mich gar nicht. Äh. Die Partion war winzig. Die ist mega blind. Was ist mit ihr los? Und jetzt? Geh rein, geh rein ins Zimmer. Du musst ins Zimmer. Als ob sie dich nicht gesehen hat. Boah. Warte. Ich seh dich. Schaffst du es nicht ins Zimmer zu kommen? Warte, das ist leck. Das ist ein Bett, ja. Okay, das war easy. Spring rein. Danke. Ach. Das leckt deswegen. Ach. Warum leckt? Ey, wir sind beste Freunde. Ab jetzt. Ah, ich weiß vielleicht. Hm. Okay, ich weiß. Jetzt habe ich es. Was habe ich eigentlich? Eine Pfeile oder irgendwas? Nichts. Ja, sicher. Ich merke mir das sie ja nicht. Uh. Geil. Eine Pfeile. Okay. Für was brauchst du die Pfeile? Basket. Für Kobe. Für. Ich schreibe dir gerade ein Liebesbrief. Nein, du mir. Ich schreibe. Ja, du, ich dir. Aber du, schau, schau. Du wirst es mir gleich vorlesen. Ja, warte. Also Leo. Vincent. Du warst immer schon ein Vincent. Okay. So. Was ist dein Plan? Entschuldigung? Ich weiß, worüber du bist. Ich weiß nicht, worüber du sprachst. Warum auf einmal? Komm schon jetzt. Kaiser, fertig dich auch. Das Spiel ist mega geil. Achso, wahrscheinlich. Ey, du, hör auf so. Ich mein, Leo. Ich bin sicher, du hast gute Gründe, um hier rauszuholen. Aber ich muss auch rauszuholen. Ja? Nicht mein Problem. Ich versuche nur meine Hilfe hier. Hey, du weißt was? Ich brauche keine Hilfe. Ich kann mich selbst behandeln. Ja? Wie du da in der Infermerie gemacht hast? Ja. Hm-hm. Wirst du lustig sein? Nein. Nein. Hör auf. Ich versuche. Ich versuche dir zu verstehen, dass du meine Hilfe wirklich benutzt kannst. Wie ich gesagt habe. Ich kann mich selbst behandeln. Leo. Was ist Harvey? Wer ist Harvey? Ach du Scheiße. Warum hast du es angesprochen? Was kennst du von Harvey? Wer hast du mit gesprochen? Die Wallen sind dünn in hier. Wolltest du das glauben? Wollen wir nur sagen, dass du und ich etwas in common haben. Wir beide haben ihn tot. Oh nein. Oh nein. Das ist sicher nicht dein Sohn. Hahaha. Ah, keine Ahnung. Fertig trotzdem. Liebe geht zurück. Vielleicht nicht. Du bist der schlaue. Genau. Oder er winzert. Ja und du bist einfach der mit den Plänen ohne den Gehirn. Äh. Nein, du bist der Flinke. Du kannst. Genau. Handeln. Ich habe das Gehirn, du die Muckis. Ja genau. Du bist der Kopf, ich bin Bein und Füße. Gerne. Bein und Füße. Ich bin deine Füße. Deine Füße. Deine Hände. Ich mache die praktische Arbeit. Ja. Und ich lenke die Leute ab. Genau. Ja. Du brauchst Hilfe in deinem Kampf. Egal. Ich lenke die Leute ab. Schau links. Schau rechts. Ein fliegender Elefant. Geister fährt ihn ab. Natürlich. So. Ich schlafe. Nein, ich bin wach. Jetzt wollen wir Händchen halten übers Gitter. Hahaha. Ja. Es ist mein Plan. Und ich entscheide, was runter geht. Hast du das? Ja. Das ist klar. Ja. Ich habe gedacht, ich wäre da schlau. Ich meine es, Mann. Du f***st das ab. Ich werde dich selbst töten. Ja, ich verstehe es. Was ist dein Plan? Du wachst es bald genug. Uuuuuh. Du machst es ganz auf Ernst, oder? Ja, sicher. Ja, sicher. Ich will doch raus, aber nicht. Ach so, es fängt erst jetzt an. Das war das Spiel. Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. War es. Ja. Es war es. Ein absolut krank geiler Anfang, muss ich sagen.